Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schon bald, weil die Jungmannschaft wieder auf die Jeep ist, ist es topmodisch natürlich. Textar-Scheibenkleidung bringt es zur günstigsten Preise. Dieser ganz glatte, herzige Schneedress, in dem fühlen sich die Kleinen wohl und sie sind rundherum geschützt vor Nässe und Kälte. Dieser Schneedress ist einteilig und hat eine praktische Kapuze. Topmodisch sind diese Winterjacken für Jungen und Mädchen. Im Down-Look, Sie sehen, dieser Ärmel ist abnehmbar. Und du hast dazu diese passenden, ganz schnellen Rennhosen. Hinten sieht man, sie sind ganz hoch aufgeschnitten. Die Rennhosen sind aus hochelastischem Polyamid. Zeig es gerade mal, wie elastisch die sind. Und haben praktische, wattierte Knieschoner. Und natürlich finden Sie bei Coop auch in verschiedensten Modellen Skihandschen und Gliessmetikappen. Die kleinen Weltmeister fahren natürlich mit den Skimarken der Grossen. Besonders günstig sind jetzt die Jugend- und Kinderskisette Rossignol und Fischerski. Mit montierten Bindungen von Salomon und Tirolia. Sie sehen, Coop hat wieder alles bereit für die Jüngsten, für den richtigen Skiplausch. Ja, und für den Apreski, da hat Coop für die kleinen Ski-Kanonen natürlich auch allerhand ganz tolle Spielsachen bereit. Schaut doch einfach in den Weihnachts-Wunschkatalog, wo ihr jetzt dann in eurem Briefkasten findet. Da entdeckt ihr ganz sicher viele Sachen, viele Wunschträume, könnt in Erfüllung gehen, die ihr findet in eurem Coop-Center und im Coop-Warenhaus. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das eigentlich ganz gut in die Zeit passt vom Schenken. Ja, einfach wieder einmal an das Helfen denken. Sie haben vielleicht von dieser Grossaktion schon gehört. Coop mit Benin. Gesundheit für die Ärmsten. Benins frühere Dahome an der Westküste von Afrika hat nur dreieinhalb Millionen Einwohner. Und so wollen wir diesen Leuten helfen. In Zusammenarbeit sollen ganz einfache Sanitätsposten errichtet werden. Eine Krankenschwester tut Helfer ausbilden und die Leute über Gesundheitsvorsorge aufklären. Und eine hygienische Wasserversorgung soll aufgebaut werden. Ein solches Wasserloch ist ungeschützt gegen Dreck und Bakterien. Der Bau von so einfachen Ziehbrünen bringt grosse Fortschritte. Wir wollen denen Leuten in Benin helfen, damit sie sich selber helfen können. Für Gesundheit, bessere Zukunft, ihren Beitrag macht es möglich. Und die Eigenossenschaft und Coop garantieren für die richtige Verwendung. In allen Coop-Läden stehen jetzt so Sammelurne und Coop hat schon einen rechten Patzen reingestellt. Danke für Ihre Hilfe. Bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Joghurt Coop, jeder Becher an 180 Gramm. Sehr rappengünstiger. Duellette Seife Lux 3 St. an 150 Gramm, statt 3,75 nur 2,75. Palmolive 3 St. an 135 Gramm, statt 3 Franken noch 2 Franken. Beauty 3 St. an 144 Gramm, statt 2,85 nur 1,85. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittel Teddy-Mat, 5 Kilo statt 12,50 nur 9,90. Gräbverräter Teddy-Dus, 4 Liter, statt 5,50 nur 4,50. Viehwäschmittel Express Liquid, 1 Liter statt 3,90 nur 2,90. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Hightop-Batterien, National Neo Super, UM1 2 St. nur 2,30. UM2 2 St. nur 1,60. UM3 4 St. nur 2,30. Auf Wiedersehen.